Ich reise mich mal an, wie so eine Pferdestutie, die von einem rechtlichen Deckhengst gedeckt werden will. Was die Hintergrundmusik werden, ich posiere. Das war Harry Potter. Bitches, wir haben jemanden, der meine Videos nicht guckt. Und zwar ist es... Die Schwester. Wie heißt du denn? Achso, Michelle. Und zwar, wie man sehen kann, sehe ich neben meiner Schwester aus wie eine Kartoffelkürze, aber nur aus dem Grund, dass sie weiß, wie man ihr Gesicht bietet. Meine Schwester denkt, sie wäre wie einer dieser neuzeitigen YouTube-Makeup-Gurus, nur dass sie kein Talent hat. Und da meine Schwester sich offensichtlich damit auskennt, wie man selbst dieses Gesicht zu etwas Wunderschönem verwandelt, hab ich ihr gedacht, gebe ich ihr eine Challenge und lasse sie dieses Gesicht in etwas Wunderschönes verwandeln. Meine Schwester fand das Ganze aber ein bisschen zu langweilig und hat gesagt, sie bietet mir die eine Hälfte in das Gesicht und... Das andere wird blind geschminkt. Ich habe versucht, ein cooles englisches Wort dafür zu finden. Wir bereiten jetzt erstmal das Gesicht vor mit einer Tagescreme. Oh, bitte sagt auf Englisch! Einer Creme? Primer! Nein, der Primer kommt später erst, du Horst. Was ist denn der Unterschied zwischen einer Creme und einem Primer? Ich habe hier den BB mattierende Pflege-Mischhaut. Aber natürlich werden alle Informationen in die Infobox geschrieben. Bitch, nein! Mach es einfach wie bei meinen Dates und schmiere es mir ins Gesicht. Als nächstes werden wir den Primer nehmen, das ist der NYX Pore Filler Primer. Michi, ich werde nicht gesponsert. Du willst, dass es professionell ist? Ich habe gesagt, du siehst aus wie eine Professionelle, das ist ein Unterschied. Weißt du, was ein bisschen unschlau ist? Dass du mich von der Kamera wegschwingst. Sollen wir die Plätze tauschen? Ja! Als nächstes mache ich die Augenbrauen. Oh, ja! Entschuldigung. Ich schmiere mir einen Snickers-Riegel auf die Augenbrauen. Hallo, die linke Seite? Ach ja, genau. In die Kamera halten. Alex, wenn du redest und ich meine Hand da unten habe, dann geht das so. Das sieht meine Augenbrauen aus wie so eine Erdbebenlinie. Ich mache 10. Oh, look at my eyebrow! Ich sehe aus wie delicious! Ah! Ne, bitte. Ich weiß nicht mehr, wie er macht. Du machst das nicht einfach mit deinen Fingern. Weil ich professionell bin. Als nächstes nehmen wir dann direkt mal die Eyeshadow. Ich habe zwei Paletten von Zoeva. Einmal die Naturaly Yours Palette. Glaubst du nicht, dass das Naturally heißt? Und die Plank Fusion Palette. Plank Fusion? Wie viele Tiere mussten dafür sterben? Du darfst es nicht öffnen, weil jetzt holen wir Hardcore Gold. Guckt es euch an. Ich kann es nicht sehen. Ich rede auch nicht mit dir. Sieht eher aus wie so ein abgestandenes Urin. Wenn du dich jetzt bewegst, jetzt blenden wir das alles aus. Jetzt werden wir einen Eyeliner ziehen. Jetzt könntest du das. Kann schon nicht. Wenn du jetzt redest, ne? Dann versau ich es. Hm, irgendwie sieht man nichts. Oh, Bitch! Oh nein! Der hat das gesehen, der hat währenddessen geredet. Scheiße! Das Augenmerker gibt es schon mal fertig. Jetzt fangen wir mal mit der Foundation an. Jetzt ist halt die Frage, ich habe drei Foundations. Was bist du? Was würdest du sagen, was du bist? Behindert. Klickst du mal nach oben? Was? Also Leute, ihr könnt mich gerne arrangieren für... Arrangieren? Engagieren? Engagieren? Engagieren! Guckst du, jetzt werde ich auch immer wieder fertig werden! Wir brauchen nämlich Klopapier. Wenn ihr wollt, dass ich meinen Bruder irgendwann mal verprügel vor der Kamera, bei einem Daumen hoch mache ich das. Mehr kann ich auch mit meinen Videos nicht erwarten. Den gebe ich dann. Dafür mache ich wieder Count. Shabbat! Du bist diejenige, die der Beschworte genannt hat. Was? Also, ich heiße Michelle Mai. Also, auf meinem YouTube-Kanal. Ich glaube, das hättest du erkannt, wenn noch die Michelle Mai hingeschrieben hat. Du Beschworte! Ich weiß nicht, das machen so viele. Also, jetzt wird gebaished. Gebaigt! Oh, ich wollte noch flüssige Highlighter drauf machen. Du hast auch gar kein Contouring gemacht. Kim K. Who? Highlighter on fleek, Leute. Highlighten meine Wangen so, dass es aussieht wie ein Poller, wo man gegen fahren möchte. So, jetzt würden die wie ein Porn gemacht. Mich jetzt krieg ich nicht wieder raus, oder? Scheiße. Oh, Scheiße. Ehm, geradeaus gucken. Jetzt kommt der Liebenstief. Schau mal. Oh. Du darfst dich im Spiegel angucken. Oh, hell ja! Ohne Scheiß. Ich fühl's. Ah! Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Kannst du bitte gehen? Okay, das war dieser Teil des Videos. Wir haben uns, weil das Ganze so fucking lange gedauert hat, dazu entschieden, dass wir Teil 2, wo ich blind geschminkt werde, nächste Woche posten. Also müsst ihr euch mit diesem pretty-as-fuck-face zufrieden geben. Oh, was? Also seid gespannt auf nächste Woche. Showdi-ho! Bitches!